Hallo zusammen, ich habe hier einen Kompressor. Ich habe noch viele von denen. Und zwar ist es so, dass wir ja diese Solarkühlschränke machen. Solarkühlschränke sind Kühlschränke, die wir aus Haushaltsgeräten fertigen. Das heißt, wir kaufen ein Haushaltsgerät zu und bauen das dann um auf 12 Volt. Oder hier oben mache ich euch einen Link über eine Tiefkühltruhe, eine Ultratiefkühltruhe. Das ist eine Standard-Haushalts-Tiefkühltruhe, die wir umbauen auf Temperaturen unter 40, 60, 80 oder sogar 100 Grad Minus. Die Truhen sind okay, von lieb her. Die haben eine dicke, fette Isolation drin, aber so einen kleinen, genau diesen Kompressor, das reicht für. Minus 20 Grad, Minus 30 Grad, kriegen die hin. Aber wenn sie Minus 50, 60, 70 Grad braucht, dann reicht dieser Kompressor nicht mehr. Also das heißt, wir nehmen diesen Kompressor raus, trennen hier diese Leitungen, diese drei. Wenn wir den Kompressor von vornher anschauen, wir haben hier den Eingang vom Gas, hier ein Füllanschluss und hier das Druckrohr. Das Druckrohr, Füllanschluss, trennen wir, da kommt dann der neue Kompressor drauf, leistungsfähiger Kompressor. Und so haben wir diese Kompressoren, die sind niegelnagelneu aus neuen Kompressoren ausgebaut und so am Lager. Die verkaufen wir dann, das verlinke ich euch unten zum Beispiel, diesen Kompressor bei Ebay, findet ihr, niegelnagelneuer Kompressor. Ihr könnt damit Verschiedenes machen, entweder wieder einbauen im Kühlschrank oder die einen brauchen das als Vakuumpumpe und die anderen brauchen es als Druckluftkompressor. Und zum Anschließen von diesem Kühlschrank, wir haben hier bei Liebherr europäischen Geräten ist das Standard eigentlich vier Kabel. Wir haben hier das Erdungskabel, das ist, bleibt Erde. Und dieses Kabel geht auf den Kühlschrank, wir haben den Nullleiter, blau, das brauchen wir fürs Licht. Dann haben wir einen Dauer 230 Volt, also Phase, und wir haben das schwarze Kabel vom Thermostat zurück auf den Kompressor. Wir speisen also hier ein, bei diesem Kabel, Erde, Nullleiter Phase, also Erde und dann 230 Volt. Und hier zwischen braunen Kabel und dem schwarzen Kabel müssen wir eine Brücke machen oder einen Thermostat dazwischen schalten oder einen Pressostat dazwischen schalten, wenn es druckabhängig wird und so läuft der Kompressor. Hier Brücke rein und hier 220 Volt drauf auf blau und braun. Dieser Kompressor hier, da findet ihr auch das Datenblatt unten verlinkt, ist ein Leichtanlaufkompressor. Das heißt, dieser Kompressor kann nicht gegen Druck starten oder nur bedingt gegen Druck starten. Das ist auch das Thema, wenn zum Beispiel ein Kühlschrank kurz ausgezogen wird, ein Haushaltskühlschrank, und wieder eingesteckt wird, dann läuft er nicht an. Dann schaltet hier der Klickson aus, geht zwei Minuten, bis der Druck sich ausgeglichen hat im System und dann kann er wieder starten. Also diesen Kompressor für eine Druckluftanlage, Airbrushanlage oder Kompressor zu verwenden, empfiehlt sich nicht. Ihr braucht dann Druckausgleich. Es gibt solche Ventile, die machen Druckausgleich, die lassen kurz ab und dann geht das wieder. Bei diesen Kompressoren, die haben hier relativ eine schwache Befestigung von diesem Kondensator. Der ist meistens abgefallen, dass wir es hier haben. Der ist schon in der Liebertruhe abgefallen. Den braucht ihr, aber der muss nicht unbedingt hier sein. Der kann man auch hier deponieren mit dem Kabelring. Diese Kompressoren verkaufen wir logischerweise. Einzel ab 50 Franken, 40 Euro. Und dann geht es runter, wenn ihr 50 Stück wollt, das haben wir teilweise für den Export, dann liegen wir bei 10 Franken. Ja, ich mache hier eben einen Link hier von dieser Truhe, eine Ultratriefkühltruhe. Hier unten ein Solarkühlschrank, das ist aber nicht der Kompressor drin. Und hier ein WL91, das ist auch ein Solarkühlschrank. Und hier könnt ihr wieder mal ein Abo da lassen. Und dann bringe ich noch mehr so Videos links unten in Beschreibung für Datenblatt und so weiter. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank.